Herzlich Willkommen zurück bei Anno 1701 in der History Edition. Und wir schauen mit Freuden dem brennenden Inferno unserer Verfeindeten, Verbündeten, Verbündeten, Verfeindeten, unseres Feindes zu. Ist das nicht herzallerliebst? Und so geht es einem jeden, der sich mit uns anlegt. Einem jeden. Okay, komm her, gönnt ihr mal. So. Haben wir von irgendwas zu wenig? Nein, sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich greife mich an. So, erstmal den hier wegklatschen. So, den da wegklatschen. So, das nenne ich mal eine Armee, die da jetzt gelandet ist. So. Was will er denn? Eisenerz. Muss ich mal gucken. Dann haben wir Eisenerz. Haben wir. Da verkauft er mir auch gleich den nächsten Eisenherz. Das nächste Eisen. So. Pass mal auf, wir machen das mal so. Eins. Zwei. Und dann geht's los. Wollen wir aber nicht. Geht's gleich weiter. Ihr bringt mir wie versprochen meine Waren. Wunderbar. Ihr habt euch die Belohnung redlich verdient. Euer Einsatz gefällt mir. Danke, danke. Hier geht's gleich weiter. Weg damit. Sehr gut. Nein. Hast du gut erkannt, Madame. Das hast du sehr gut erkannt. Eindringlingen. So. Ein Handelsgebäude kann übernommen werden. Weiter geht's. Hier meine Armada. Dort einmal die Schiffe vernichten. Und ihr geht auch mal hier. Ich bin bereit, dir Frieden zu gewähren. Du bist doch klüger, als ich dachte. So. Erst weg damit. Jetzt weg damit. Ein letztes Aufbegehren ihrerseits. So. Des ersten Ende. Los, 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 los. Sehr schön. Weg damit. Weg hiermit. Ja. Hier drüben hatten wir eine Eisenerzdingens. Die würde ich gerne nehmen. Die Armee erwartet euren Ansatzbefehl. Dafür marschierst du mal da hin. So. Die Armee ist kampfbereit. Die Armee ist kampfbereit. Die Armee ist kampfbereit. Sehr schön. In Ordnung. Dann geht ihr alle mal wieder. Die Truppen warten auf euren Befehl. Bist du bescheuert? Eins, zwei, eins, zwei. Dankeschön. Und ihr geht jetzt hier alle wieder an Bord. Ihr habt eure Schuldigkeit getan, meine Freunde. Ich werde mich mit euch nicht länger auf. Sehr schön. Auf nimmer Wiedersehen. Na das geht, du alte Flöze. Wir sind bereit. Das ist der Dingens weg. Geil, gehst du da dran. Alles hört auf euren Befehl. Und tschüss. Schiff, ahoi. Oh, Werkzeug ist am Limit. Auch nicht schlecht. So, nehmen wir doch mal hier ein bisschen was mit. So, dann sehen wir mal hier runter. Gibt es sogar Kakao hier auf der Insel? Ja, geil. Na, das lief doch ganz gut, würde ich sagen. Bei eurem Kontor bin ich. Lief doch sehr gut. Guck mal, hier sind nicht mal meine Figuren obendrauf. Auch interessant. So, die Überreste der Stadt werden abbrennen. So wie es sich gehört. Und wie viel Kakao haben wir noch? Mehr als genug. Sehr schön. Wie lange dauert denn das hier? Zehn Minuten noch. Krass. Kapitän, alle Schiffe einsatzbereit. Kapitän, wie lauten die Befehle? Die haben nichts weiter zu tun. Das ist schön. Ahoi. Wie lauten die Befehle? Warte auf Anweisung. Bereit zum Auslaufen. Euer Reich wächst, wie ich sehe. Das hast du gut erkannt, meine Liebe. Das hast du sehr gut erkannt. So, als erstes hier. Zack. Das ist das Wichtigste. Dann gibt es hier eine schöne... Warte, wir bauen hier mal gleich noch einen Marktplatz mit hin. Dann wird das hier alles nochmal weggerissen. So. Und dann kommen wir gleich noch... Jetzt habe ich meinen eigenen Weg hier wieder abgerissen. Das ist natürlich nicht so gut gewesen. Fangen wir mal hier so an. Einmal ein bisschen drehen. Dann hier... Kein Holz. Brauche ich denn so viel Holz, ey? Na gut. Dann fährst du nochmal zurück. Dann ist es halt so. Wie lauten die Befehle? Bäh. So. Das ist unsere Armada. Vor allem ist, du kannst eigentlich mal dein Dasein da auch abbrechen. Du schnappst hier dann hier nochmal ein bisschen davon und davon und davon und ein bisschen was auch davon. Bündnishilfe gewährt. Alles klar. Ach, da ist es ja. Ja, sehr gut. Meine Armada... An die Inder, Elftanonis. Habe ich so wenig Honi? Warum habe ich so wenig Honi? Wir brauchen mehr Hönig. So. Warum war das mal hier hoch? Dann haben wir ja mal wieder ein bisschen was. So. Ich habe das Gefühl, da ist noch jemand, der auf die Schnauze haben will unbedingt. Holen wir uns erstmal meine Insel hier unten zurück. Kakao. Zack, zack, zack. So, wir das einmal pimpen. Können wir ruhig nochmal pimpen. Der Wind steht günstig. So, dann kannst du nämlich jetzt eine Route machen. Nein, nicht diese. Du nimmst diese Route. Und zwar transportierst du Kakao und Eisenerz. Let's go. So, und hier habe ich natürlich auch noch vergessen. Interessant, dass mir das jetzt erst auffällt. Dass diese Insel Heilbronn heißen muss. Frieden ist ein teures Gut. Man sollte ihn sich erhalten. Und jetzt zeigt, was ihr könnt. Ihr wollt doch einer Wehrlose. Ich bin froh, dass wir unseren Zank beilegen konnten. Wusste ich doch, dass das so easy geht. Aber schön, dass die Heuschrecken nur ihn abbücken und nicht mich. Wie ist die Order? Wie ist die Order? Kapitän? Kapitän? Wie lauten wir das hier? Okay. Ach, da kommt das Schiff erst. Ja, mein Gott. Dann ihr zwei habt die große Ehre, das Handelsschiff zu schützen, welches hier lang fährt. Und jetzt geht's erstmal deinem Markthaus hier an den Kragen. Handelsgebäude... Nein! Scheiße. Ein Fischer hat keine Arbeit mehr. So. Das war das Erste. Da geht's gleich weiter. Ein Fischer hat keine Arbeit mehr. Das ist natürlich frech. So, können wir dann jetzt hier einen geilen Hafen hinbauen? Nicht so wirklich. Naja, gut. Das, was geht, haben wir gemacht. So. Stadtschlüssel. Warum guckt ihr denn so gemein? Äh, warte mal hier. Ah, guck mal. Ehrengast, Kapitän, Ehrengaukler, Bischof. Bierwagen, Ehrengast, Erfinder. Schmied. Okay, cool, cool, cool. So, das war's auch mit der Insel. Dann haben wir die da oben nochmal weg. Guck mal, ich kann sich ganz entspannt hier nochmal das Ding erforschen. So, stimmt, Erforschung übrigens. Bei euch lässt sich immer ein gutes Geschäft tätigen. Züchten wir mal Pferde. So, stimmt. Übrigens können wir jetzt hier das beides auch rausnehmen und dafür Stoffe verkaufen bis, sagen wir mal, 175, 175, so. Das machen wir mal auch auf 100. 175. Das auf 150. Parfüm können wir noch verhökern für, äh, also auf 175. Das können wir rausnehmen und verkaufen. Alkohol. Auch auf 175. Schiff fertiggestellt. Sehr schön. Du riskierst eine blutige Nase. Duh, dö, 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 dö. Weshalb denn hier alles an Handelsschiffen rumstehen? Holy shit. Kein Interesse. Danke. so geht es hier noch irgendwie weiter wie wir es sind wenn wir hier einfach mal mit unseren truppen noch mal an landen aber noch mal ein bisschen ärger machen einfach nur noch mal so ein bisschen und zwei stunden um tatsächlich hinkommen die zwei stunden das hat sich ja gelohnt der einkaufer das hat sich hier lohnt für ihn so erstmal werden jetzt hier die gebäude aufgeräumt so ein handelsgebäude kann übernommen werden ihr fahrt weiter den norden da gibt es noch ein paar schiffe die vernichtet werden sollen die armee ist kampfbereit so was hält er denn eigentlich davon wenn ich jetzt hier mit so einer absoluten billow einheit mit gebäude übernehme alles was du aufbaust werde ich vernichten lohnt sich erst mal vernichte ich das was du aufgebaut hast mein lieber ne zerstören wollen wir das nicht ne das wollen wir auch nicht zerstören das wollen wir abreißen so man greift eines ihrer gebäude an jetzt geht's dir an den krank so machen wir da den kanonentypen weg da die stehen ja ein bisschen im weg hier so hafen vernichten was haben wir hier eigentlich im wasser oh jade gehen wir gerne sonnen und so das bringen wir mal weg hier da hier zu unserer hauptinsel eigentlich was soll ich mit dem hier schießt das ding von mir aus kaputt ach so den honig ja den habe ich jetzt alleine auch nicht so können wir noch mal ein paar pferde züchten let's go tja nun ist es zu spät nun ist es in der tat zu spät dafür bedauerlich die frotte ist bereit auf die knie wo du hingehörst und nun unterschreib ach nö nö kein interesse tut mir leid ach so wir können ja auch mal die steuern wieder hochziehen dann können wir hier hinten nochmal ein senat hinzimmern zwischen zwei mitspielern herrscht krieg kam kein schmuck ach deswegen und dann haben wir doch auch gleich kein tabak mehr oder lasst euch nicht zu viel zeit euch entgehen gute geschäfte genug der diplomatie ich lasse taten sprechen die flotte ist bereit wo kommt denn jetzt hier eigentlich angeschissen müssen wir erstmal ein neues kleines kriegsschiff bauen so und du fährst weiter du räumst dir das mal alles weg so dann verkaufen wir jetzt kein holz mehr sondern jade so fährst du mal dem da hinterher ne quatsch achso du hast hier okay alles gut alles gut wie ist die order wie ist die order die kümmern sich darum das ist schön alles hört auf euren befehl so bbbbbb eigentlich müssen wir noch ein paar leute ausbilden und damit dann die insel überrennen würde ich sagen oder spiel gespeichert spiel gespeichert spiel gespeichert das ist sehr schön dass das spiel sich speichert hier machen wir mal ein paar von denen mit ein paar von denen hier noch hier machen wir so 8 dann löp der Lachs bestimmt so dann können wir mal hier im senat ein kapitän den kommandanten ein kommandant unterstützt den aufbau ihres militärs sollte sollte ein bisschen schneller dann gehen der kommandant das ging aber fix so der war ja nicht lange da einmal pro stunde kann ich da also irgendwen anfordern alles klar wie schaut es denn eigentlich aus kriege irgendwann mal den schmuck oder er nicht so fehlt mir da was truppentyp erforscht truppenverband ausgebildet truppenverband ausgebildet dumm 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 So, kann ich mich... Nee, kann ich noch nicht. Ich hab das noch nie erforscht hier. Das da. So, was ist denn jetzt hier die Sache? Ähm, das Plündern. Oder mehr Trefferpunkte von Mauern? Nee, ist ja Quatsch. Nee, komm her. Plündern. Ja, ja. So. Könnt ruhig mit an Bord hier, meine Jungs. Dankeschön. So, dann bitte einmal einschleimen bei der gelieben Grace. Geht euch keine Mühe. Oh. Kann ich hier vielleicht... So einfach geht das nicht. Euer Benehmen ist unmöglich. Und jetzt... Und jetzt gibt's Krieg. Tja, wenn so unbedingt ich auf die Schnauze will. Na, erstmal muss ich hier den Oberdeppen hier kaputt hauen, bevor ich irgendwas anderes mache. Nahrung. Nahrung. Nahrung, Nahrung, let's go. Und hier haben wir noch mehr Nahrung, geil. Bombenleger finde ich geiler. Ähm... Böb-böb-böb-böb-böb. Genau, du bist da fleißig am erforschen. Das finde ich gut. Drakona. Hm. Naja, gut. Komm nur her, wenn du sterben willst. Ein vorzügliches Geschäft, das ich heute bei euch gemacht habe. So, die Eins und die Zwei. Dann vernichtet mal den Feind. Viel Spaß wünsche ich euch, Jungs. Tobt euch aus. Sehe ich aktuell noch nicht so, aber ja, okay. Meinetwegen. Alle Schiffe in Gefechtsstellung. Erteilt Ihnen eine Lektion. Ein Kanzelsgebäude kann übernommen werden. So, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Erforschung an der neuen Logenaktivität abgeschlossen. Kommt gerade rechts. Können wir gleich mal nutzen, um... ...irgendwas kaputt zu machen. Wir fliegen gleich die Funk. Sehr schön. Da sitzt kein Stein mehr auf der Matte. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Auf die Knie, wo du hingehörst. Nein, nehme ich persönlich. Ich benötige Hilfe in einer delikaten Angelegenheit. Jetzt wird erstmal deine Insel dem Erdboden gleichgemacht, mein Lieber. Äh, echt? Oh. Ist jetzt aber nicht so nett. Alle Schiffe einsatzbereit. Alle Schiffe feuerfrei. Aber gut. Wenn es das ist, was er unbedingt möchte. Eine ihrer Truppen steht unter Beschuss. Eines ihrer Gebäude wird angelegt. So. Damit hätten wir es dann jetzt, glaube ich, oder? Und weg ist es. Bäcker, da müssen wir gleich mal... Achso. Nahrungsmittel gehen zur Neige. Erstmal alles abreißen, bevor wir hier... Äh... ...die Insel wieder verlassen. Das ist von großer Wichtigkeit. So. Das war es dann auch mit seiner Hauptinsel. Und damit segeln wir jetzt... ...hier herüber. Böllern das noch kaputt. Ihr segelt hier rüber und macht das da kaputt. Feuer frei. Und du segelst hier runter und ballerst das da kaputt. Boah, er hat ja einen Hafen hingebaut. Hä? Warum? Er ist mächtiger. Als ich. Stimmt. Deswegen habe ich gerade seine Hauptstadt vernichtet. Weil er mächtig ist. Ich habe da einen Auftrag, der wer wie für euch gemacht. Welches Schiff denn? Das Schiff. Na gut. Dann versenken wir das mal. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch mal so großzügig unseren Leuten gegenüber und bauen hier nochmal eine Schule hin. Ich baue sie auch richtig. Das kann man sich ja nie angucken, wenn die hier so verkackter steht. Das geht ja nicht. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. So, eines meiner Schiffe steht unter Beschuss. Ja, das passiert durchaus. Äh, da war ich neulich. Hat mir nicht gut gefallen. Der hat ganz schön unfreundlich. Wir haben uns genug gezankt. Genau. Es geht doch auch ohne Krieg. Eine Produktion kommt zu Ende. Schön, dass ich jetzt gerade das erste Mal Einheiten, feindliche Einheiten auf meiner Insel hatte. Alle Schiffe einsatzbereit. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Verretter. Überall Verretter. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das war's. So, meine liebe Grace. Wie schaut's aus? Darf ich dir... Macht euch fort. Ich möchte dir doch nur helfen. So, die haben nix an Bord. Sehr schön. Schön. Ihr habt dabei, worum ich euch gebeten habe. Hab Dank für eure Hilfe. Ehrlich und zuverlässig. Genau wie man sich... So. Kann ich dir jetzt zufälligerweise nochmal in den Arsch kriechen? Ne, kann ich nicht. Schade. Ähm... Das haben wir alles. Sehr schön. Dann erforschen wir jetzt noch die Haupizen. Dann sind wir auch bald fertig hier. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Kapitel. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Du unterstützt dieses Schiff noch mit. Du fährst hier in Tabakwaren. Warum... Achso, warte mal. Ja. Das, äh... War ein bisschen doof gelaufen. Ja, Schmuck noch ein bisschen ran schaffen hier und dann passt das alles. Sehr gut. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, wenn wir dann die Pest hier irgendwann mal in den Griff bekommen haben, dann geht das hier vielleicht auch ein bisschen weiter. Wie viele Leute brauchen wir denn eigentlich für... Ja, doch, 1800 waren es, ne? Ja. Müssen wir gleich hier nochmal ein bisschen ausbauen nach hinten links, würde ich sagen. Müssen wir hier die Schafe mal wegreißen, dann kommt das ein bisschen umdisponiert. Eigentlich können wir die Schafe mal jetzt schon mal umdisponieren, das ist ja nicht der Aufwand des Jahrhunderts hier. So, eins, zwei... Machen wir mal so drei, vier hier, das passt schon. Dann kommt... Nein, dich nicht. Du, belassen wir das dann noch weg. Okay, das war jetzt nicht richtig bedacht. Egal. Bis zum nächsten Feuerwerk! Na, dann ist es halt jetzt so. So. Jetzt haben wir hier noch einen rüber. Der Vulkan auf ihrer Insel wird aktiv. Das kommt weg. Die Bude kommt weg. Kommt hier einer hin und... Okay, dann lassen wir den Rest erstmal. So. Dorfzentrum. So, so. Ein Kirchki. Kirchski-Grande. Ein... Theater-Grande. Ein Medikus. Ist mir doch egal. Es gibt nur eine Feuerwehr, gibt es hier noch kostenlos mit obendrein. Schule. Schule... Schule reicht. Hier ein paar. Da gibt es ein paar. Machen wir es hier so. So. Dann sollte das reichen, denke ich. Ich weiß, das ist jetzt nicht so optimal, aber das ist mir egal. Das ist mir tatsächlich egal. So, hier wird alles zerdeppert. Das ist mir jetzt auch egal. Das ist mir alles egal. Komplett. Bitte los. So, sehr schön. Wir sind bereit. Die Truppen wagt auf eurem Befehl. Ihr seid wieder auf dem Damm. Dann kann ich... So. Nun gut. Ihr seid alle aufgestiegen. Sehr schön. Diese hier eben so. Ach so, ich habe gar kein Werkzeug. Das ist natürlich frech. Okay. So, dann könnt ihr mal schlafen. So, und ihr hier hinten. Ich will noch ein paar Einwohner, alles klar. Cool. Ihre Stadt beherbergt nun mehr als 2000 Einwohner. Unglaublich. Pass mal auf. Die Hände sind unnötig. Die sind einfach nur unnötig. Braucht die Hilfe wert, der Herr Nachbar. Wie freundlich und so vorkommt die Leute, die alle sind. Schön. So. Rabat gibt's heute. Heute gibt's Rabat. Unglaublich. Diese Insel interessiert mich ebenfalls. Ihr wollt doch bestimmt woanders segeln? Und jetzt zeigt, was ihr könnt. Wir haben uns genug gezankt. Ich werde mich an unsere abmachen. Es ist einfach so richtig doof. Einfach nur doof ist es. Jetzt ist ja endlich mal wieder ein bisschen Frieden eingekehrt. Ein bisschen Ruhe in dieses Spiel. So, da muss ich nochmal eine neue Erzmühle hinklatschen. Fünf Tonnen Holz. Eine Tonne Holz fehlt mir. Es ist doch nicht dein Ernst. Bauen wir mal ein neues großes Handelsschiff hier. So, wie schaut's denn eigentlich aus hier mit Forschung? Haubizen sind bald fertig. Sehr schön. Ihr braucht euch nicht zurückhalten. So. Dann sehen wir mal, ob ihr im Krieg Bestand habt. Ich hab da einen Auftrag. Da wär wie für euch gemacht. Alle Schiffe einsatzbereit. Das sagt er genau dem richtigen, ja. Der ist wie für mich gemacht. Schiff fertiggestellt. Schiff, ahoy. So. Bisschen ist davon, davon, hier, das auch noch. Aber das brauchen wir nicht gut. Eine Stippvisite auf eurer Insel zahlt sich immer aus. Und für mich erst geil. Hier laufen die Befehle. Kapitän, verstanden. Erforschung eines neuen Truppentyps abgeschlossen. Pusten setzt. So, dann. Leiden los. Aber jetzt ganz viel Honig. Du bringst mal hier den Kadolada Radatsch weg. Hier bringt das weg. Jetzt können wir hier den geilen Scheiß erforschen. Können wir eigentlich mal hier... Ich werde auf dem Marktplatz ein paar Beutel aufschlitzen. Ich werde euch die gewünschten Informationen... Meine Pläne wurden durchkreuzt. Was erlaubt ihr euch? Äh... Eine ganze Menge erlaubt mir. Wunderbar. Ich nehme euch das gleich ab. Hinten am Deck. Oh. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Attackiert sie! Na, wenn es sich für euch gelohnt hat. Ein Bischof spendet ihrer Bevölkerung göttlichen Schutz. Cool. Hey, komm Grace. Du willst das doch gar nicht. Das ist jetzt aber auch nicht so nett. Das ist nun wirklich nicht nett. So. Nun, dann haben wir das auch. Ich habe das Gefühl, Grace will wirklich... ...eine auf die Mütze bekommen. Ich mache das wirklich nur schweren Herzens. Was ist denn hier los eigentlich? Das war ja nur das Schiff, was keiner braucht. So. Kommst du erst mal weg, meine Liebe. Dann geht es hier gleich weiter. Und... Hier machen wir auch gleich mal weiter. Eure Felder sollen kahl... Oh, ich schrecken kann. Das ist natürlich auch nicht nett. So. Jetzt sollen wir alle sein. So. Ultraviel Honig. Alle Schiffe in Gefechtsstellung. Alle Schiffe los. Alle Schiffe los. So. Alles wieder abladen. Das auch abladen. Einmal kurz reparieren. Und weg. Reparieren. Und weg. Dann, liebe Frau Königin. Wir sind geneigt euch also schön. Wir werden Truppen zu eurer Hilfe gezinnen. Sehr freundlich. Der Bischof beendet seinen Besuch bei Ihnen. Ach, die soll ich Schreckengesocks. Die hat sie mir auf den Hals geschickt, ne? Das wäre natürlich nicht so nett. Gut. Einwand frei. Wird hier unten auch gleich mal mit angefangen. Das hat sie mir sehr... Oh, hoffen. Gute Sachen auf jeden Fall. So, die sollten das da locker wegkriegen. Ich schieße erst mal das Handelsschiff da. Echte Klump. Dann hier das. Ihr wollt doch einer wehrlosen Dame den Frieden nicht verweigern, oder? Genau. Na gut. Es geht doch auch ohne Krieg. Ich bin dafür, es ohne Krieg zu starten. Ich würde gerne ein Handelsimperium mit dir aufbauen. Ihr seid ein taktloser Trampel. Macht euch fort. Euer Kontor ist eine wahre Goldgrube. Spart euch eure Schmeichelein. Genug der Diplomatie. Ich lasse es... Hm. Ich hab's ja wirklich versucht, ne? Hm. Kann jeder bezeugen, dass ich stets bemüht bin, hier irgendwie Frieden zu halten. So. Was ist was für mich egal. Die Armee marschiert jetzt hier mal alle an Bord. So. Es gibt da etwas, das ihr für mich erledigen könntet. Die Truppen sind bereit. Die Flotte ist bereit. Kapitän. Kapitän auf der Brücke. Alle in Bewegung. Wie ist die Order? Einheit ausgehoben. Dann geht ihr zwei neue Mit. Wir lauten die Befehle. Einheit ausgehoben. Wird jetzt aufgerüstet. Wie? Naja. Du hast so Krieg angefangen. Truppenverband ausgebildet. Jawohl. Auf geht's. Kapitän. In Ordnung. Dann fährst du hier hin und böllerst die Insel da weg. Alle Schütte einsetzbereit. Ihr beide könnt den mal unterstützen. Du fährst hier oben hin. Ich suche nach jemandem, der einen dringenden Auftrag für mich erledigt. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das gerade mal mithin bekomme irgendwie. Ihr fahrt nach hier oben. Meine Geduld neigt sich dem Ende zu. Kommt nur. Jo, meine Einheiten werden angegriffen. Herzschmelze. Ja, stimmt, weil ich hier hinten den Dings noch nicht aufgerüstet habe. Das habe ich noch ganz vergessen. Das ist ja schön. Ihr zwei geht hier nochmal vom Port, damit ihr hier rangehen könnt. So. Ein Handelsgebäude kann übernommen werden. Wie ist die Arme? Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Erstmal weg damit. Erkalt Ihnen eine Lektion. Dann weg damit. Kommt nur. Bin dabei. Bin sowas von am Kommen. Ein Handelsgebäude kann übernommen werden. Sehr gut. Alle zurück an Deck. An Bord. So. Ihr fahrt dann mal hier rüber. Ihr fahrt hier rüber. Und ihr fahrt hier herüber. Was wollt der haben? Wenn ihr euch etwas dazu verdienen wollt. Ich hätte da einen Auftrag für euch. Acht. So. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann den Untergang von Grace Bonnet miterleben. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl, wertes Volk. Prot Favorite.